Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute habe ich ein kleines Leckerli für uns. Denn wir gucken uns heute zusammen die neue, ganz ganz neue Kollektion von 4711 an. Die Aqua Colonia Collection Absolue. Die sieht so aus. Da sind sieben Düfte drin. Und die gucken wir uns heute alle zusammen an. Und wenn ihr hier zum ersten Mal auf meinem Kanal seid, dann freut mich das. Dann heiße ich euch auf jeden Fall herzlich willkommen. Würde mich über ein Abo von euch freuen. Wir sind auf dem Weg. Oder vielleicht haben wir mittlerweile vielleicht sogar die 1000 Abonnenten geknackt. Dann geht es, denke ich mal, nächstes Ziel, 2000 Abonnenten. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich da mit einem kostenlosen Abo unterstützen würdet. Wir fangen gleich mal mit so ein paar Grundinformationen zu den neuen Düften von 4711 an. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich von dem Haus 4711 ein Fan. Weil die machen gute Düfte für einen Fernpreis. Also die haben ja das ganz normale 4711. Das kennt man. Die Niroli-Bombe, die dann von anderen Firmen Jahre später neu aufgegriffen wurde. Sei es von Tom Ford mit Niroli Portofino oder von anderen ganz, ganz vielen Marken. Also grundsätzlich bin ich dem Haus wirklich sehr positiv gestimmt und bin bzw. war gespannt, was diese neue Kollektion Absolue, wo der Name schon ein bisschen irreführend ist, weil unter dem Absolue verstehe ich persönlich ein bisschen was anderes. Also das sind alles Eau de Parfums. Alle, glaube ich, mit einer Konzentration, wahrscheinlich so um die 15 Prozent, so wie man das hier sieht. Vielleicht sogar ein bisschen weniger, wenn man noch UV-Filter und so weiter abzieht. Also es sind Eau de Parfums. Und wir fangen einfach mal folgendermaßen an. Wir gehen mal auf Parfumo und schauen uns da mal den ersten Duft an. Und zwar ist das der Vibrant Musk. Den Vibrant Musk, den habe ich hier irgendwo liegen. Hier ist er. Die Düfte alle schon vor, bevor ich das Video angefangen habe, gesprüht. Und der Vibrant Musk ist, so wie der Name sagt, ja, stellenweise ein Moschus-Duft, aber eigentlich ist es so ein klassischer Molekülduft. Ihr seht, viel Eis ist super. Kaschmi-Holz ist in dem Fall Kaschmaren, schwarzer Pfeffer, Zedernholz, Moschus, Nolymbanol und Ambroxan. Also es ist wirklich ein nahezu fast rein synthetischer Molekülduft. Und so riecht er auch. Er riecht, muss ich euch ganz ehrlich sagen, er riecht eigentlich wie reines Eisui Super nur, mit ein bisschen mehr Pfeffer. Und muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es den Duft jetzt wirklich gebraucht hat. Wir gucken uns mal den nächsten an. Ihr seht, der hat eine 7,2, also wird bei 10 Bewertungen, wird, sag ich mal, zur Zeit ganz neutral bewertet. Dann kommen wir mal zum Smoky Tonka. Den habe ich hier auch liegen. Wir gehen dann wieder mal auf Parfumo zurück. Smoky Tonka habe ich hier. Der Smoky Tonka ist, da muss ich leider dann schon anfangen, ein bisschen kritisch zu werden. Hier wird unter anderem als ähnlicher Duft der Angel Share von Kilian genannt. Und ja, der Smoky Tonka hat so eine leicht, so eine leichte, beschwipste Note. Das wird vielleicht wirklich der grüne Cognac sein. Und er hat aber auch was sehr, sehr Süßes. Und ich bin der Meinung, da ist wirklich schon in der Basis ganz, ganz viel Ethylmaltol drin. Und Ethylmaltol ist so ein bisschen für mich ja, so ein bisschen der Endgegner. Ich muss leider sagen, ich finde, der Smoky Tonka riecht und das ist mir bei vielen Düften aufgefallen von dieser Kollektion, der Smoky Tonka riecht für mich ein bisschen wie ein preiswerter Zara-Duft. Hätte ich jetzt den Duft ganz blind getestet, hätte ich gesagt, ja, das ist so ein Zara-Duft in der Region 15 bis 20 Euro für 100 ml. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir reden hier über eine sehr, sehr für 47-11 Verhältnisse hochpreisige Linie. Denn 47-11 möchte für diese Düfte 120 Euro für 100 ml haben. Das ist immer noch, muss man natürlich sagen, wenn man es jetzt mit Nischenpreisen vergleicht, immer noch ein relativ fairer Preis. Allerdings muss man auch dazu sagen, 47-11 ist ja eher für preiswerte Düfte bekannt. Und ich habe hier bei dieser Kollektion leider so ein bisschen das Gefühl, dass man ein Stück vom Kuchen von der Nische beziehungsweise von den Nischenpreisen sich abschneiden will, aber nicht die Qualität dafür liefert. Wir gucken uns mal den Nächsten an. Den Majestic Lever. Der wurde übrigens, das ist ganz interessant, von von Jillian Rasquinet gemacht, der unter anderem den Royal Oud gemacht hat, den The Moon von Frederik Moll. Also der ist, sag ich mal, in der Parfüm, in der Parfümbranche als Parfümeur sehr, sehr angesehen. Und hat hier mit dem Majestic Lever meiner Meinung nach auch nicht wirklich abgeliefert. Ich finde, ja, man bekommt, man bekommt schon die Sachen, die in der Duftpyramide stehen. Man hat so eine leicht süßliche Pflaume, man hat den Safran, ja, man hat Leder, aber es ist für mich kein hochwertiges Leder. Ich finde, es riecht muffig, ich finde, es riecht nicht hochwertig, ich finde, es riecht synthetisch und ich finde, es riecht einfach generisch. Es riecht, und da muss ich auch wieder den Vergleich ziehen, es riecht wieder wie ein Zara-Duft für 20 Euro. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich für 120 Euro, wenn ich das auf den Tisch legen sollte, von der Qualität einfach nicht überzeugt. Ich finde da einfach wirklich, da passt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Wir machen das, ja, wir gucken uns jetzt einfach die restlichen Düfte an, unter anderem jetzt den Midnight Sandal, der bei Parfumo richtig, ich sag's mal so salopperein scheißt, mit 4,4. Jetzt müssen wir noch ganz kurz dazu sagen, ich geh einfach mal noch mal ganz kurz zurück. Das sind gerade mal 15 Bewertungen. Das ist nicht viel, das ist noch nicht wirklich aussagekräftig. Ich bin immer der Meinung, so eine wirkliche Aussagekraft hat so eine Bewertung auf Parfumo, wenn 100 Leute abgestimmt haben. Ich sag mal, wenn 100 Leute abgestimmt haben und du hast eine 4,4, dann ist es nun mal wirklich so, dass die Mehrheit den Duft nicht gut findet. Und eine 4,4 auf Parfumo ist leider nicht gut. Und der Midnight Sandal riecht etwas nach laktonisch süßem Sandalholz. Wir gucken uns das auch noch mal in der Duftpyramide auf Parfumo an. Also wir haben in der Kopfnote Bergamotto, Koriandersamen, Ingwer, rieche ich nicht viel dran, nicht viel von. Ich rieche wirklich ein synthetisches Sandalholz, was leicht laktonisch ist, also was diese leicht milchigen Qualitäten hat. Und ich rieche wieder viel süßer. Und das ist das, was mir bei diesen Düften hier in dieser Kollektion ehrlich gesagt nicht gefällt, dass die alle so eine leichte Designersüße haben, die viele Düfte haben und die es halt wirklich unfassbar generisch macht. Und der fällt da leider in dieselbe Kategorie. Gefällt mir, muss ich leider wirklich ganz ehrlich sagen, auch nicht so gut. Wir gucken uns noch einen an, den Amber Mandarin. Der wird mit 5,8 bewertet. Den habe ich hier. Der ist tatsächlich von den allen, die ich jetzt hier bisher gerochen habe, der, der mir noch am ehesten gefällt. Der hat orange, grüne Mandarine und rosa Pfeffer in der Kopfnote. Dann Osmanthus, Kardamom, Moschus, Pachuli und Amber. Und, äh, ja, der ist relativ tragbar. Der haut einen aber auch nicht um. Das sind alles Düfte, das sind alles Duft-DNAs, die ich, äh, meiner Meinung nach so schon bei ganz, ganz vielen anderen Häusern gerochen habe. Und das stellenweise auch in besser, zu einem besseren Preis-Leistungs- Verhältnis. Und, ähm, ich kann euch jetzt hier nicht viel zur Haltbarkeit oder zur Silage sagen. Das ist eh so eine, ja, so eine persönliche Wahrnehmung. Das müsst ihr einfach selber testen, wenn euch die Düfte interessieren. Der ist, ja, ich sage mal, der ist hier Mittelmaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir gucken uns noch mal den vorletzten an, den Orchid Vanilla. Der wurde zum Beispiel unter anderem von Mark Buxton entworfen. Da haben wir Pfirsich, Fräse, Tautropfen, Zentifolie, Jasmin, Sambak, Orchidee. Den finde ich tatsächlich ganz interessant. Der ist für Frauen, glaube ich, wenn man auf, ja, auf blumig, süße Düfte steht, dann könnte der ganz interessant sein. Ich finde, der hat mit dem Pfirsich hier in der Kopfnote was relativ Angenehmes, was Frauen, denke ich mal, ganz gut gefallen wird. Der ist jetzt aber auch kein Meisterwerk. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich erwarte für 120 Euro auch nicht ein Meisterwerk, aber ich erwarte für 120 Euro eine Duft-DNA, die ich jetzt nicht an jeder Ecke schon gerochen habe. Und, ja, das ist, muss ganz ehrlich sagen, es gibt von Lagerfeld gibt es Düfte mit Pfirsich in der Kopfnote, die riechen auch so, die kosten 20 Euro. Deswegen, ja, gut. Wir gucken uns den letzten Duft aus dieser Kollektion an und zwar den Noble Rose, der hat eine 6,8, allerdings, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, drei Bewertungen. Also, es ist überhaupt nicht repräsentativ aktuell, diese Bewertung. Und, ja, der gefällt mir, ehrlich gesagt, von der Rose, wie sie dargestellt wird, auch nicht. Wenn ich hier lese, dass hier angeblich ein Rose Absolut drin sein soll, ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte viel, viel lieber positiv über diese Düfte berichtet, weil ich, wie gesagt, die Marke 4711, ja, sag ich mal, wirklich sympathisch finde, ne, aber ich finde, wirklich, man hat sich hier mit dieser, mit dieser Kollektion keinen Gefallen getan. Von den sieben Düften würde ich persönlich sagen, also am ehesten vielleicht noch den Amber Mandarin oder den Moschusduft beziehungsweise den, ähm, den Molekülduft, die könnte ich mir vorstellen, aber muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, nicht für den Preis. Ne, also, wir müssen hier halt wirklich fair bleiben und ich habe nach wie vor das Gefühl, dass diese Kollektion nur einzig darauf abschielt, um ein bisschen Exklusivität auszustrahlen, die ja sonst 4711 nicht wirklich hat und wenn ich mir nochmal das Discovery Set angucke, ich zeige es euch nochmal und habe dann unten ein Slogan wo steht Inspired by Nature da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn die Düfte von der Natur inspiriert sein sollen, dann steht es schlecht um unsere Natur, denn die sind wirklich, muss ich leider wirklich so sagen, die sind durch die Bank weg, alle sehr, sehr synthetisch, riechen alle relativ generisch, überzeugen mich leider nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, weil ich habe mich wirklich eigentlich darauf gefreut, dass wir hier ordentliche Düfte bekommen und haben aber letztendlich Düfte, die einen Nischenpreis beziehungsweise die den Einstieg zum Nischenpreis nehmen mit 120 Euro, aber von der Duftqualität beziehungsweise von der Duft-DNA eher wie Zara-Düfte für 20 Euro riechen und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist für mich das Verhältnis irgendwie zum Preis-Leistungs-Verhältnis bei 47,11 in diesem Fall nicht gegeben. Deswegen von mir leider keine Empfehlung, aber das heißt natürlich nicht, dass euch die Düfte nicht trotzdem gefallen können und das ist, finde ich, ganz wichtig. Testet die selber, wenn euch die Marke beziehungsweise wenn euch die Düfte interessieren, gebt nicht so viel immer auf die Meinung von anderen Leuten, ich habe nur meine eigene Nase, ich rieche so wie ich rieche, vielleicht gefallen die euch. Wenn ihr die schon getestet habt, dann schreibt mir das doch bitte gerne in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren, was ihr zu den Düften sagt und wir sehen uns ansonsten einfach beim nächsten Video. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch, dass ihr hier auch heute wieder reingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video sehen und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.